hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play round holobau 2 mit sparta und wir haben tatsächlich immer noch sehr wenig zu tun also für die armeen von mir ist es mega kacke gerade weil die müssen von britannien nach asien ein bisschen stressig und blöd aber na ja genau also mit denen werde ich die da jetzt batschen und dann nach drüben gehen die da will ich jetzt so und dann so ich weiß nicht ob ich die armee schon schlagen kann eventuell mache ich hier so einen kreis also mit der armee die da ist ein full stack die da nicht und die da ist also die gegnerische armee hat sehr 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 viel sehr viele pikniere keine ahnung warum das wieder ein fragezeichen party da ist wenn sich weiß ich ja schon was ich habe ja schon hinterlegen gekämpft naja naja wie sie es jetzt haben so der da kommt das nächste mal die da die ägypter jetzt vertrieben die 501 genau die kann mal langsam nach hier gehen die da das passt die da gehen mal hierhin die da machen nichts die da gehen auch mal nach oben haben die ja nicht viel ja ja egal ich lasse sie hier stehen damit die sehr schnell von a nach b kommen die da haben jetzt diese runde oder letzte folge massaker angegriffen das könnte auch interessant werden ja wobei hügelmänner sind halt sowas von low so ein bisschen leben wer bist du denn also manchmal die namen also ist etwas seltsam die nieder haben es genossen eine fraktion zu vernichten okay dann mache ich das hier dann mache ich das da oder mache ich ja doch sehr sehr schön ok baktrien hat hier alles erobert es sind auch unsere freunde denen habe ich schon geschenkt gegeben dann machen wir mal weiter ja das dachte ich mir ja gut dann mache ich es mal automatisch ist so dumm dass sobald die gegner also sobald die ki keine base mehr hat machen die sowas dummes bei zeus nehmt dieses angebot nicht auf die leichte schulter ich unterbreite es euch in freundschaft doch das kann sich ändern die wollen unser klientel werden und die sind ja auch griechisch aber wenn ich das annehme ist es eigentlich vorbei sardis und rhodos rhodos hier ja sardis da aber sardis muss ich auch ja das macht dann keinen sinn wieso bin ich hier unverlässlich ja sorry jetzt geht er hier weiter genau der hat 246 beginnere also ich werde es nicht spielen weil ich ja die armee so groß halten will wie möglich damit ich noch eine coole schlacht bekomme aber ich frage mich gerade wieso der über das meer kommt also an sich passiert mir das auch oft weil die wegfindung von rome ein bisschen bescheiden ist aber der ki naja okay der sagt ich habe keine chance aber ich sage doch wie will der denn selbst wenn er durchs tor kommt das ist lustig er macht nachtangriff ich verstehe echt nicht wie er das machen will das ist lustig ähm naja defensiv position na dann Show me what you got. Machen wir mal. Ach es regnet. Schade. Ja wobei. Ich mache normale Geschossen. Warte mal. Hier so. Uhu. Weil der rollt immer so cool dann. Autsch. Weil der könnte eigentlich explosiv nehmen. Der wankt schon. Und das Löch. Ja wow. Tja und jetzt. Oh nein. Ja gut dann spuren wir mal wieder vor. Jetzt kommt er her. Unser General wird angegriffen. Brech halt. Hehehe. So. Das noch? Der feindliche General ist. So. Wie. Wie. Wolltet ihr. Gewinn. Katapult schießen. Äh. Äh. Schnellding. Ist auch sehr lustig. Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Ja. Warte. 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 Ah. Hehehe. Das mal kaputtschießen und dann war's das. Die Schlacht pendelt sich zu unserem Grundsten. Surprise. krass denn der hat 42 von mir getötet hätte ich nicht gedacht ja also mit cavalerie eine befestigte stadt zu erobern geht eigentlich nicht also es würde klappen es würde klappen wenn es wenn es zwei armeen wären erstens der hat jetzt nicht wirklich schon wieder den getötet wie ich das diese also so agenten und so weiter zu töten also so attentat mäßig gegen feindliche agenten vorzugehen finde ich gut aber nicht dass das die generele so einfach sterben dann das finde ich echt nervig ja ja neid mehr da muss einer von mir her ja kommt er und schrecken des karybdis das glaube ich das ist so eine ist egal dämonen von palepa und das ist auch egal gemorchelt admiral general wie gerne würde ich den jetzt killen aber ich kann das noch nicht so ihr könnt ihr könnt schon angreifen oh das war die königin hupsi tja so genau general dot streitsüchtige ehefrau ja geil meine mutter hatte immer gesagt ich sei zu gut für dich ja klingt spartanisch klingt spartanisch ist aber so kommen wir ihr leichtes mädchen damit ihr mal seht wie das geht kapitalerie brauche ich gar nicht okay dann räume ich mal von hinten auf wieso hast du keine sohn sammeln ja von wegen so ja das ist das war safe dass ich das gewinne deswegen habe ich das so gemacht so 1 2 3 4 dann noch ein paar hopliten also vier bogen schützen ist schon mal ganz gut okay dann du gehst mal dem hinterher so so reicht das so das wird tatsächlich eine coole schlacht das wird tatsächlich eine coole schlacht schreckender kaltes und fanboy von athen okay trocken mach mal mach mal das ist auch cool dass die von da von der anderen seite kommen so ihr kümmert euch mal um die und der rest das nähert sich feindlicher unterstützung geht mal hier an land und ihr könnt schon mal hier an land gehen ist ich nicht 24 24 25 nein der ist wieder verpackt oder jetzt hat es glaube ich geschnallt dann entert mal die kacke hier gut so zusammenziehen bitte so sehr schön invasionsarmee online die sind echt zu dummer wenn der dich jetzt tot rammt schafft es auf jeden fall fast wenn noch einmal ja jetzt bist du tot du hast mehr klick als verstand hier so dann machen wir uns mal ready hier kommt er her wieso kann ich eigentlich hier nicht ran das ist ein bisschen blöd ja steinschleuderer kann ich hier leider nichts dagegen tun was machst du eigentlich da noch wieso kämpfen die eigentlich noch der ist doch schon längst meine nerven so gut dann so bereit ab schiffe einsatz bereit so du rammst den jetzt mal bitte alle noch hier schön breite aufstellen ach ja hier geht dann hier lang ihr seid noch nicht in der verlangen oder hauptlichen und dann kommt ihr mal an das sind zwei piken das sind auch piken aber das schafft ihr schon hier geht ihr mal vor schön ein kasseln hier steinschleider habe ich nicht mitbekommen entschuldigung so dann schnell zu denen so ihr kommt jetzt auch mal her unser general ist gefallen ja natürlich ist er gefallen hier mhm was sind denn das denn für accre.. was sind denn das denn für.. für.. die sind ja voll auf äh.. Steroide hier was ist da denn los ich bin glaube ich ein bisschen.. oh ich bin glaube ich ein bisschen verwöhnt von ähm.. meinen.. äh.. von meinen hopliten die alles und jeden einfach zerstört sind sooo.. meine güte.. das ist die erste die erste die erste die 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 haben wir dann auch die 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 demnächst da alle schnell noch da ich nehme hier mal den weg ab die kommen her die kommen dahin der wird wiederkommen nervig aber ist so und dann weil die mal töten das sind nur steilschleider und der kommt wieder was haben wir denn hier einfach go so sind die auch mehr fertig die gehen einfach da durch was denn da los irgendwie hatte die vergessen glaube ich die sind immer noch standhaft dann drücke ich mal hier rein so das ist praktisch die kommen dann nicht hier hin machen hier dicht die kommen hinterher ich kann nichts gegen die tun das ist der nachteil an den spartanen oder also historisch gesehen war das der nachteil bei den spartanen so sehr schön sehr schön sehr schön die kiniere ist ein bisschen blöd die die machen so hin und her der kommt jetzt echt nicht gegen die an ok gut dann sortiere ich die eben auch mal dann sehe ich hier die da dann die da sind hier dann die da sind da und da ist einer ok dann greife ich hier mal volle kanne an und ja hier mach ich so und hier mache ich so gut 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 cool 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 einfach umringen und zürteln das war's ich glaube die tue ich mal wieder ein bisschen zurück so dauerfeuer dauerfeuer bitte die schlacht wendet sich zu unserem butz hast du eine überraschung nicht so schüchtern warte was? achso alter das war gemein. ich dachte gerade der hätte die verlangs ausgemacht. sieht auf jeden fall so aus. so und hier bitte? da bitte? hier bitte? ach was macht ihr denn da? ich mach euch alle fertig. oder auch nicht. oder doch. oder auch nicht. amateure. wieder schwertkämpfer. so nadelstich taktik. sagen wir so. er hat sehr gute chancen. weil der halt nicht hier so eine. das darf doch nicht wahr sein. schneller. das ist nur bürgerkavallerie. was ist denn los? was ist denn los? so. juki juki. so. irgendwie so. äh. was ist denn das? torius sperre. ach das ist doch. ach das ist mein general. upsie. uh. schnell helfen. da habe ich jetzt nicht aufgepasst. du kannst ihn ja. ich hab dich vor. du wirst. du wirst. du willst du deine dranbleiben? so. das ist alles andere als effektiv. ja. wobei die wurf sperren sind krass. sie sind gut. er fand den general bitte fertig gleich vielleicht sperrte ich mal kurz ein wieso zeigst du noch da wie die niere stark aber dumm sehr dumm hallo willst du mich verarschen tun ok 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 cool 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 ich mach die platt war alles andere als irgendwie cool oder erfolgreich oder so naja ich glaube am meisten schon haben wirklich die 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 flotte genommen aber naja 6000 aufgestellt 1800 verloren es ist viel zu viel viel zu viel was für egal gut so das war der nächste ehrgeizige ehefrau ist doch wunderbar kavallari kavallari okay gut dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen ich habe jetzt gleich den stream deswegen muss ich leider schon aufhören wahrscheinlich auch ganz gut ist weil sonst würde ich hier ein bisschen weiter rumschlagen sind und ich überziehen sowieso schon gerade deswegen danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste mal wieder okay hope's on bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020